Und damit, meine Freunde, hatte ich meinen Durchbruch. Ich präsentiere euch den Schrumpfstrahl 1000. Oh! Seht her. Kippi! Nein! Kippi! Es geht dir gut. Diese Ente ist jetzt ein Entlein. Wie ihr sehen könnt, geht es dem Objekt gut, obwohl es geschrumpft wurde. Äußerst beeindruckend. Und wie, wie machen wir ihn wieder groß? Ganz einfach, mit meinem Wachsbott 8000. Mutti! Juhu! Was ist los, Wiley? Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, meine lebenslange Liebe zur Wissenschaft mit der Welt zu teilen. Vielleicht können wir dir ja was bauen. Ja! Wie eine Statue von dir mit einem Riesengehirn. Jetzt brauchen wir nur noch Petunias Fachkenntnis. Habe ich da etwa Petunia gehört? Dieses Schwein baut euch, was ihr wollt. Kommt nur runter in meine Werkstatt. Tweety! Wirf deinen Haken aus! Ein Auto hatte es noch nie an der Leine! Gut gemacht, Tweety! Jetzt zieh ihn ran! Oh, 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 oh. Du musst doch hier irgendwo sein! Was? Was? Verzögerungen, Verzögerungen. Es ist das Bedienungspult. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oh, dieses garstige Bedienungspult. Das hier wollte ich eigentlich vermeiden. Wiley Coyote hier. Wiley, hier ist Bugs. Ich weiß, dass es ein freier Tag ist, aber... Ganz genau, ich nehme keine Arbeitsangrufe entgegen. Schätze, du willst uns dann nicht helfen, ein Raumschiff zu reparieren? Ein Raumschiff? Wiley, wenn wir das Bedienungspult nicht repariert bekommen, sitzt Marvin hier fest. Nun, das wird nicht passieren, denn ein zertifiziertes Genie ist hier. Also machen wir das Raumschiff klar. Mit meinen Werkzeugen hier sollte es ein Kinderspiel werden. Himbeerlimonade. Ich denke, ich habe das Problem gefunden. Mein Smoothie. Aha, versuch es jetzt mal. Oh, und Dank seid im Kosmos. Und natürlich euch Luni-Baumeister. Bau in Zeit. Es ist Bau in Zeit. Wir bauen los, packt alle an. Macht euch bereit, denn wir sind jetzt dran. Die Arbeit ruf, rum geben wir Gas. Hey, ja, das wird ein Spaß. Los, auf geht's, wir hängen uns rein. Kein Einsatz ist, zu groß oder klein. Es geht allein. Ich zeig euch, wie man unter die Welle kommt. Kannst du auf den Knopf drücken, Kuppel? Hallo, Luni-Baumeister. Hey, ihr zwei, wie geht es voran? Wellenstark. Ich habe gerade eure Fahrzeuge mit dem U-Booten-Modus aufgerüstet. Darf ich es vorstellen. Der Blasenhelm 6000. Damit werdet ihr auch unter Wasser atmen können. Petunia, Wiley, ihr habt euch selbst übertroffen. Und das alles an nur einem Tag. Schneid euch an, Leute. Es ist Zeit, in den Spaß einzutauchen.